Servus Leute und herzlich willkommen hier wieder bei einem neuen Part Epic Jump Map Operation Tropical Vacation Ja, da hab ich gleich schon mal wieder schön verkackt hier Egal, kein Ding Ja, wir sind jetzt gerade, wo sind wir? Also du sagst, das ist ja dieses, äh, dieses, ähm Pikachu 3000 schon Und 3000 Ultra, ja, das war doch Wir sind doch mal zu einer riesen Ding da gefahren Ja, 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 das, da stehe ich noch Ja, du bist ganz am Anfang Alter Ja, ja Ich fahr gerade diese Sprünge echt gar nicht mehr So, jetzt hat man die Fresse Jetzt haben wir, wenn die mich verarschen hier, na egal Ne, aber ich mein, komm, was, was Last, last, last Ja, Mann, ich lass mich da jetzt nicht stressen hier Alles kein Ding, ich mein, das, was mich ein bisschen nervt, dass ich schon mal weitergekommen bin und dann immer in den ersten Sprünge verkackt Das nervt mich ein bisschen minimal Ich hab's ja immer, ich kann es sein, dass ich so gerne einen Durchgang geschafft hab Ich glaub auch, Mann Ich glaub auch, Mann So wie die Karte, ich mach mal in Marke Ja, Mann, also da echt Das war nice Oh, den nächsten, das ist nächstes müssen Tricky Ist da wenigstens ein schöner Checkpoint? Ja, da steht ein Schmerz, ey, Button mit Checkpoint Okay, das ist nice Ich hab grad wieder so ein bisschen Lebensprobleme, das nervt voll Ja, warum hast du grad den Game-Out reingemacht? Weil ich runtergeflogen bin Ach so Und ich hatte keine Lust da ganz, den ganzen Weg wieder hochzulaufen, ey Oh, das ist ne Kiste, hast du gleich mal Was waren da drin, jetzt weiß ich gar nicht mehr Hast drüber gelaufen hier Ja, das ist der Sprung, wo das Schild auch dran steht So, ja, wenn du hier runterfällst, hast du ein Problem Ja, so wie jetzt So, Moment, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin wieder hier alles, oder? Bin ich hier richtig? Warte, wo bin ich hier? Ah doch, passt doch alles, alles kein Ding hier So Hey, what? Was geht ab, Alter? Ich werd grad immer zurückgeportet WTF? WTF? WTF, alter WTF Mein Sprung ist echt tricky Da ist, kann ich mich auch wieder bewegen hier Also was das manchmal ist keine Ahnung aber immer ganz so Ach, jetzt komm schon Sprint doch durch, die Perla So Mann, Mann, Mann Ne, irgendwie irgendwie jetzt gerade gar nicht hier So, kein Ding. Oh, hat es mich ja vorhin auch schon drunter gehauen, gerade eben. So, alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, da oben waren wir aber auch schon, oder? Ich glaube, ja. Ja, ja, doch. Doch, doch, doch. Und jetzt hier über die Wolken weiter. Ist das korrekt? Ich glaube, ja. Ich weiß, ja, muss es sein. Ja, das ist aber auch ein ziemlicher Sprung hier. Aber egal, alles kein Ding. Auch. Hey, warum habe ich jetzt gerade keinen Schaden gekriegt? Ah, doch, jetzt hat. Render. Das ist gespackt, das wahrscheinlich. Ja, Mann. Ähm, Wolke? Über den Wolken. Oh, was ist das? Ähm, Waterfly, go, go, alles klar. Ah, dann. Waterfly? Da, ich sehe dich. Hey, ich sehe gerade gar nichts, ich sehe weiß. Ich kann mich halt nicht mehr überwenden, irgendwie. Also, bei mir schwimmst du ein Wasserfall runter. Okay, alles klar. Ach, dann ist es wahrscheinlich irgendwie so random. Ah, okay, jetzt sehe ich es. Alles klar. Oh, fuck, warum sehe ich denn das? Das war komisch. Ich sehe das mega komisch, wenn ich unter dem Wasser bin. Egal. Oh, welcher schießt auf mich? Bin ich. Achso. Ich dachte, das ist ein Skelett. Du musst erst da rein und dann auf den Checkpoint-Knopf. Checkpoint! Nice, nice. Und jetzt? Ach, hier außen rum. Ah. Und dann über die Leitern. Oder hier lang, oder? Das ist mal ernsthaft. Hey, wie hast denn du das gemacht? Ich bin da einfach über das andere Ding. Da war noch so ein anderes Teil da. Da kommt ein Aufrufer. Ich frau irgendwie, keine Ahnung. Ach, schien mir leichter zu sein. Was ist das Schönes? Ja, ich hab's über den... Ah, scheiße. Boah, mega geil. Soll ich das mal machen? Komm, wir sind einfach mal so asozial. Mega geil, jetzt darf ich ihn nur nicht verkacken. Alles klar, hat geklappt. Mega geil. Oh, was ist hier? Ich hab da echt gesagt, ich war's jetzt durch. Ah, fast Limes. Alles klar. Das ist ja gar kein Problem. Und ein paar ist gut, ne? Hopp, einen guten Flug hier. Alter, alter, alter. Und noch ein paar Creeper. Wow. Geht weg, geht weg. Alter, ich find das so krass, dass die sich dann verdoppeln. Ja, vervierfachen sogar. Äh, ja. Wow. Das war schon ganz cool. Klar bekomm ich wie solche Sprünge. Ich befürchte. Ey, würdest du mir vielleicht mal helfen, noch? Aber es war schwierig, Alter, da kommen immer mehr. Alter. Vor allem nicht, glaub ich, da, oh, das sind schon die nächsten. Du, Alter. Oh, the fuck. Du warst jetzt auch komplett durch. Ich glaub, das hat sonst keinen Sinn. Ich hab vor allem viel zu wenig Leben. Ich glaub, ich hab Ruhe, oder? Ja, ja, mega nice. So. Das hat doch jetzt ganz gut geklappt. Oh, ich glaub, das ist noch ein ganzes Stück. Nee, da nicht. Nee, da kommen wir ja her. Ja, ich hab's ja gerade auch erst gesehen. Wir müssen jetzt irgendwie hochkommen. Wow. Oh, Alter, Alter, renn doch. Oh, warum ist hier ne Pilzkuh? Egal, bock, kein Mensch. You are getting close to your home. Mega nice. So langsam aber sicher geht's nach Hause. Alter, das ist aber ziemlich tief hier. Oh, Moment mal. Sind wir doch mal ganz klug. Dürfen wir das? Ja, mit Sicherheit dürfen wir das. Das ist ja gar kein Ding. Kein Ding. So. Auf welchem Schild? Auf welchem Schild? Oh, scheiße. And of course, the last jump is a kackt. Oh, leck mich am Arsch. Nein! Das kackt euch? Ja, Mann. Egal, erst was. Erst was essen hier. Oh, nee, den werd ich verkacken, Alter. Wenn ich den jetzt auf Anhieb schaffe, dann bin ich auf jeden Fall froh. Aber ich glaub, das wird beinah nix. Aber egal, versuchen wir's. Alles klar, ich bin nicht mal dahin gekommen. Alter, Alter, Alter. Warum? Ah, der Depp, Alter, der weiß auch, was mich nervt hier. Die bescheuerten Kaktussprünge. Naja, egal. Hast du das nicht geschafft, oder? Nee, natürlich nicht. Ist doch klar, ich hab's nicht mal auf dem Kaktus geschafft. Mann, Mann, Mann. Nee, also Kaktussprünge, echt. Die gehen mit der Erbsdorben. Saisonsenkel, höchste Spring. Wow, ehrlich. Nee, ich muss gerade essen. Kannst noch einen Tick zurückgehen? Danke. So. Oh, Mann. Ey, ich hoffe so, dass ich den jetzt hier schaffen werde, den Kaktusblöden-Sprung. Aber ich befürchte beinahe, dass das nix wird. Aber egal, wir werden's auf jeden Fall versuchen hier. So, chillen. Ich muss noch mal anfangen. 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 Hammer, nice. Hier, schön. Internet. Was hast du? Wir haben hier Ultra-Secret-Mega-Fast-Giga-3000-Space-Wi-Fi. Äh, ist klar. Scheiße. Cheatet der sich da einfach hoch, Alter. Achso, das ist ne Rakete. Das erkenn ich jetzt erst. Was ist denn gestern? Der Mond oder was? Wahrscheinlich. Der Mond ist aufgegangen. Ja, guck mal, da ist ein Mond, dann und da ist ein Mond. Egal, was sonst. Ein Bock mehr. Jetzt versuch's nochmal. Nee, ich brauche mir nur einen Checkpoint. Weil ich zu faul bin. Tja, kackt, wenn man nicht genug Blöcke hat. Ach, alle noch rein. So. Kommt, das ruhig ist einfach scheiße, Mann. Da kann man nix machen. Alles klar. Ich jump hier schon mal eben noch runter. Da ist ja eben noch, da kommt noch was Schönes. Und dann würde ich sagen, war's das für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Oh, Moment mal, da werden sie geportet oder was? Ah, nee, da kriegen wir Jump Boost. Aber egal, das machen wir beim nächsten Part. Ich denke mal, Max braucht da auch nur noch maximal zwei Versuche. Insofern, danke nochmal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.